Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Ausstellung hier und freue mich, dass Sie sozial reich erschienen sind. Wir haben für diese Ausstellung ganz bewusst Panko Ansichten ausgewählt und aufgehoben sozusagen für diese Ausstellung, weil wir uns so als Thema auch gestellt haben, wie wir es sehen, wie wir unser Panko hier sehen. Panko Ansichten Und woher nehmen Sie Ideen für die schönen Bilder? Naja, wir gehen im Park beim Schönes Wetter, wir bringen Blumen oder für Stillleben irgendwas anderes. Wir bestellen Modeln, um Akt auch mal zu probieren, wie das Leben ist. Ich freue mich, dass wir hier ausstellen dürfen, dass wir die Arbeiten zeigen dürfen von unseren Donnerstagsmalerinnen. Zur Zeit sind wir alles Frauen. Wir unterhalten uns ja auch über die Kunstgeschichte. Ich stelle auch Maler vor, die Sie bisher nicht kennen. Oder Sie kommen und fragen dann, warum ist das Kunst? Was ist denn daran Kunst? Und in dem Moment, wo Sie sich selber damit beschäftigen, bekommen Sie natürlich auch einen Einblick in die Frage und kommen dann auch oft selber auf die Antworten, warum ist das Kunst und das nicht? Und wie kommt es dazu? Und es ist einfach, dass Sie Freude haben an der Beschäftigung mit dem Malen und dadurch Dinge entdecken. Und es ist einfach, dass Sie sich selber damit beschäftigen.